Zu den ganz besonderen Ereignissen zählt die Jahrhundertalte von Leichnams Prozession, so auch in der Kaiserstadt Bad Ischl. Seine Beliebtheit verdankt dieser Festtag vor allem der reich geschmückten Prozession, bei der die Elemente der Eucharistie durch die Straßen getragen werden. Der Priestertrick bei der Prozession, Hocherhobendemonstrant, die Gemeinde geht hinterher. An verschiedenen im Freien aufgebauten Altären werden Fürbitten gebeten und dabei gibt der Priester seinen Segen. Kase und drone werden Fürbitten gebeten undにちは, ist um mir vorgelegt, dass es denn immer in die Bevölkerung geht mit der Derap, ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK